Da waren zwei Mälen unten, die sind auch in die Sowjetunion umgekommen und die eine habe ich dann sehr gut gekannt, weil die ist oft zu uns gekommen und die haben sich vom Gefängnis hier und da so schräg gezählt und die haben nicht so zugemacht, die Tieren so Gitter waren auf der Gestapo und das haben überlebt, beide und sind dann, wie wir befreit worden sind in Österreich, sind sie hingeredet und der Sanit sind noch Geld gegeben und hat zwei untergebracht, aber nicht auch alleine. Wir haben bei sechs, der Päpperl bei sechs und ich bei zwei als Säugin. Auch beim Sanit war ich als Säugin. Jedenfalls sind die sofort zur russischen Kommandantur gegangen und haben sich gemeldet, weil als Österreicherinnen hätten sie ja nicht anspringen dürfen. Die müssen die russische Staatsbürgerschaft annehmen und sie haben es gern gemacht, weil sie sind gern nach Österreich gekommen, um zu helfen, dass der fürchterliche Krieg einnimmt. Und die haben sie nach Russland gebracht. Eine hat acht Jahre Gulag bekommen, die andere zehn Jahre. Mit acht Jahren ist sie gestorben draußen und die andere ist sie gekommen. Wir haben sie dann jedes Jahr getroffen, weil sie hat dann bei den Zeitschriften, bei den russischen, da war ja eine eigene Organisation und da war sie dann angestellt. Sie hat überlebt. Ihr Mann war auch ein Käpfler, der ist aber vorher, der hat nichts mit dem zu tun gehabt. Also es gibt schon schlimme Dinge, furchtbare. Ja.